So, dann kommen wir zu dem Thema E-Mail. Ich habe jetzt mal Folgendes vorbereitet. Ich habe einen Client Bob und Alice. Je nachdem, Bob hat die IP 10, Alice hat noch gar nichts, 11. Dann den E-Mail-Server mit 12 und später schauen wir uns noch den DNS-Server mit der IP 10. So, jetzt installieren wir erstmal Software und zwar, der Bob braucht ein E-Mail-Programm. Eindrung annehmen, das ist das E-Mail-Programm. Dann auch Alice braucht ein E-Mail-Programm. Eindrung annehmen, so. Und jetzt richten wir uns den Mail-Server ein. Hier brauchen wir einen Mail-Server. Und dann schauen wir hier gleich mal rein. Mail-Duname, filius.de, das lassen wir mal. Und wir starten den und sagen, neues Konto erstellen. So, und da erstellen wir mal ein Konto für den Bob. Mit einem super geheimen Passwort, 123, neues Konto erstellen. So, dann kriegt auch Alice, 123, auch ein Konto. Und hier in der Kontenliste, hier haben wir praktisch die beiden E-Mail-Adressen, also die beiden Konten, die mit dem Domain filius.de miteinander verknüpft wurden. So, jetzt müssen wir bei den Clients dieses E-Mail-Konto einrichten. Also, wir starten das E-Mail-Programm. Und hier haben wir noch kein Konto. Darum müssen wir erst mal sagen, Konto einrichten. Das ist erst mal der PC von Bob. Die E-Mail-Adresse können wir noch mal spicken. Die lautet hier, bob.atfilius.de. So, Server, den finden wir hier. Also, das ist die 192, 168, 0.12. Aufpassen, dass wir die Kompunkte haben. Postausgangssurfer ist genauso. Und der Benutzername ist bob.atfilius.de und 123, das super geheimen Passwort. So, das E-Mail-Programm von Bob ist eingerichtet. Jetzt schauen wir bei der Alice. E-Mail-Programm starten. Halt zu schnell. Also, das ist die Alice. Die E-Mail-Adresse ist alice.atfilius.de. Pops, H3-Surfer und SMTP ist wieder gleich. Das ist die IP-Adresse. Benutzername Alice. Und unser super geheimnis Passwort. So, speichern. Und jetzt müssten die E-Mails eigentlich schon durchgehen. Richten wir das mal so her. So, und dann versuchen wir mal, E-Mail zu verschicken. Kommen wir jetzt zu kleinen Bildschirmen. Ich mache es jetzt einfach mal so. Also, neue E-Mail von Bob an alice.at, nicht web.de, das ist ja gut. Mache ich gleich Schleichwerbung. Also, filius.de. Und, hier trifft Hallo und hi Alice. Wie geht es? So, und dann schauen wir mal beim Senden, was sich hier tut. Senden. Man sieht hier schon, das ging jetzt recht schnell. Mal die Geschwindigkeit weniger. Und hier sieht man auch schon gesendete Elemente. Posteingang ist noch nichts drin. Jetzt gehen wir auf Alice-PCs und rufen die E-Mails ab. Jetzt gibt es die Geschwindigkeit reduziert, dass man das verfolgen kann. Also, zum E-Mail-Server wird die Pakete entsprechend abgeholt. Und hier haben wir auch schon den Bob. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte darauf antworten. Klicke ich hier drauf. Und es schaut dann aus wie im richtigen E-Mail-Programm, dass also hier die E-Mail unten, die man empfangen hat, drunter steht. Und drüber kann man dann entsprechend beantworten. Also, hi Bob. Hier geht es gut. So. Dann können wir wieder sagen, senden. Man sieht hier auch, wie hier praktisch die E-Mail zum E-Mail-Surfer transportiert wird. Und dann gehen wir wieder zu Bobs PC und sagen, wir wollen jetzt auch die E-Mails abrufen. Und rüberschieben. Rüberschieben. So. Und dann haben wir im Posteingang hier schon diese E-Mail von Alice. Und die könnten wir jetzt wieder beantworten. Okay.